Versuch ja was zu finden um dir zu helfen. Stop damit Scooby nicht bei euch ne? Shrieker! Hier ist die ganze Zeit ein Shrieker! Oh nein. Noch einer? Ich bin fast tot, ich muss hier irgendwie runter. Geh auf jeden Fall Obstache in Deckung. Dann kann ich mich hier mal umsehen. Das wird sich ja ein bisschen geklungen wie Harrow, ne? Gerne. Oh shit, so ein Ding was für grün glüht und so ist ja... ... ... ... ... ... ... ... Ich lege hier so lange den Gegner, bis du mehr HP gehst. Boah, ich habe ihn besiegt. Nice. Komm schon, wo ist die Kurve? Geht's ja vielleicht gar nicht mehr um die Kurve. Das Schild habe ich auch nicht mehr, keine Lebenszahne mehr. Oh, wait a sec, aber fucking viel Sprengstoff, wie geil ist. Oh Gott, oh, danke, danke. Ach da, okay. Schön, dass du langsam ein Gefühl für die hohe Kunst des Sprengens entwickelst. Ich sagte, du bist Sprengstoff als nicht. Das ist eine richtige Pyramide mit Sprengstoff. Guck mal. Ich habe es in dem gesehen, ich weiß nicht. Was machst du? Was machst du? Jetzt bin ich auch hier. Sind da vielleicht ein paar Pfeile? Ich bin Pfeile. Hm, aber kein Gegner. Okay. Was wäre das überhaupt für ein Plan? Ich zähle ganz schnell Gegner, damit du mehr OP kriegst. Ich denke, dass die Chief Manking ist, ja. Aber wie viel sind es denn noch? Na, 200. Hm, hm, hm. Wer spricht denn in deinem Mann? Der Mann ist ein Bug. Keine Panik, Cardoc. Aber ich denke, wir sind auf dem Weg zur Hölle. Das geht ewig so weiter. Ja, es wird wärmer. Und wir haben schon lange keine Gefangenen mehr gesehen. Vielleicht wurden sie bereits verfüttert von dieser Königin der Dunkelheit. Und die Schwieger? Der Bürgermeister wird wohl kaum für einen Sack mit den traurigen Überresten seiner Tochter bezahlen. Oh, endlich Hilfe. Händig Hilfe. Als wenn so einer jemals was kommt. Oh, endlich ihn halt. Wir sind tot. Alle tot. Diese mutierten Vagar. Ich habe einen Angriff gegen einen gefährdet. Wir wurden nicht mit ihm fertig. Wir wurden nicht mit ihm fertig. Wir wurden nicht mit ihm verschossen. Die hatte kaum bemerkt. Wir können nicht gegen diese Dinger kämpfen. Wir sind alle tot. Wir sind alle tot. Nice. Nice. Ich muss ja aufregen. Wir haben ja nur vier gekriegt. Wir haben ja nur vier gekriegt. Die Cadogs Schläge werden zunehmend brutaler. Weißt du? Okay. Das ist gar kein Schildsvideo. Okay. Ich weiß. Das letzte ist gegen diesen Typen zerbrochen. Ich bin froh, dass ich noch überlebt habe. Nur um nochmal darauf einzugehen, wie brutal dieser Kampf eigentlich war. Es war er oder ich. Und ich habe 110% gegeben. Und das war einfach genug, ne? Ja. Und ich bin tot. Ach wie gern hätte ich ein Schild. Ich ein Schild. Ich ein Schild. Ich ein Schild. Ich weiß selbst, dass mein Schild zerbrochen ist. Danke, Spiel. Danke, dass du mir sagst. Danke, dass du mir sagst. Okay, look. Dein Schild ist zerbrochen. Ich bin in der Schriekerhöhle. Hm. Hier ist Galt versteckt. Wo bist du denn? Du siehst mich nicht. Ich bin ein Schatt. Und ein Wiederbelebungsdrang heißt. Oh. Das ist nicht schlecht, wo die Schäger ihren Tribut gleich mal gefordert haben. Ich habe noch super wenig Helf und einen Heildrang. Oh. Und eine Tür heißt hier. Wenn du super wenig hast, nimm den Heildrang. Heildrang finde ich eher als diese Wiederbelebungsdrang. Wo ist die Tür? Wo ist die Tür? Hier weiter. Ist hier sonst nichts? Nee. Nur tote Schrieker. Schrieker. Da haben wir wieder einen Raum überlebt. Auf dem Weg zur fucking Erde. Auf dem Weg zur fucking Erde. Ups. So ein Feeling etwas langsam. Hey you guys, lass uns mit den einzelnen Schild kämpfen hier kommen. Einzelnen bitte. Na. Das stimmt. Der Sprichwort kenne ich auch. Oh. Ich. Holy shit. Kontakt. Bereite dich. Geht er zum Feuer. Nice. Das sind zwei Sniper. Das sind zwei Sniper. Boah, hier wird irgendwas 300 von 600 Feinden mit Bogenfeilen. mit Pfeilkämpfer. Als Pfeilkämpfer getötet. Ja, das ist der Pfeilkämpfer aus weit verbreitet. So. Wo war's denn? Wo war's denn? Hm. Hm. Du nehmst die immer weiter hoch und dadurch kriegen die doch mehr dann ist. Ich hin.. hinrichte ihn so weh. Ich will auch. Ach man, boah, wieder Bullet Time-Manchen. Keine Schilde übrig gelassen, wie kann das sein? Das ist meine, da ist aber eins, das ist nicht so ganz gut Wasser. Nimm du meins. Nice, 300, awesome. Dann machen wir das immer so, immer wenn ich Gutes finde, nehme ich das auf. Shrieker! Von welcher Seite? Ha! Oh, fache die Leute! Ich glaube, ich bin so lustig. Oh nein. Ist da der Mann's PC? Zählt uns was wir wissen, weil? Eines Tages, als ich die Baracken reinigte, hörte ich ein grisiges Geräusch. Ein Putzfrauspitzel. Ich seh weit hinein, von wo das Geräusch gekommen war. Oder sei ich dem König und dem Zauberer. Sie verzauberten jemanden, aber der arme Kern wandte sich und schrie und verwandelte sich. Ich bräuchte. Einer der Zauberer muss mich gehört haben. Er zeigte mit dem Finger auf mich. Dann war da so etwas wie ein Blitz und dann... Gebel. Was ist das? Raunt macht 10k. Und später, wenn's nochmal zurückkommt, mach's selber damit du es überzeigst. Ist das ein High Resilience Target? Weiß ich nicht. Ich hoffe es. Weiß ich... Es wundert mich immer wieder, auf was Putzfrauen nicht alle stoßen. Mich würde halt auf was die nicht stoßen. Irgendwas stimmt ja nicht. Was auch immer das war. Das war kein Freudenschrei. Nee. Und es hörte sich nicht menschlich an. Boah, ich hab mir schildgegeist. Don't worry. Wir gehen hier einfach so durch und gucken eigentlich was da ist. Was in die Tür in Don zufallen. Ja. Oh. Was macht ihr hier? Wir besuchen die Sehenswürdigkeiten. Bist frei gekommen was? Dachte mir ich drehe den Spieß mal um? So ein hallo Typ. Und geht's jetzt los? So können wir's losmachen? Blablabla. Kannst du hier rummachen an dem Kugelding? Vielleicht was ist das zwischen deinen Beinen, das gehört ja noch dazu. Was sind das für Haken? Sind das extra clean? Scheine. Ne, kann man nicht. Ah, das wird wahrscheinlich in der 18er-Version drüber. Dank YouTube dürfen wir ja hier nichts. 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 Nichts weiter. Aber eins darf man ran. Über ins Bein schießen. Ist er den getötet? Boring. Also ich mein Kugel, wie konntest du nur ein wehrloses... Na, nevermind. Fritschgat? Die halben... Oh, den haben wir zerbischt. Komm, wir gehen zurück. Wir gehen jetzt nicht mehr zurück, oder? Oh, man. Ich quäle mich so. Ach zu wie, es ist nicht mehr angekommen mein Flöschchen. Ich hab so viele Pfeile abbekommen. Ja, ich hab die Schützen nicht schnell genug, hab ich immer meine Schuld. Echt? Nö. Dieser Junge, diesmal hast du nichts gelöst hier in die beiden Füße. Wohin nicht, dass er noch gerettet wird. Ja, er hat keinen Bock später gegen den zu kämpfen. Außerdem, die oberste Regel des Heiser-Kampfes ist niemals Gefangene, man. Hält'n dich nur auf. Das stimmt. So, warum wir jetzt hier stehen, versteh' ich nicht. Oh, nice dude. Oh, cool. Ich hab nicht mehr Füße hier. Ich hab die auch ganz komisch gar nicht erwischt. Ganz komisch. Ich hab ne Idee. Die Schützen waren ja alle ziemlich zentral, ne? Ja. Ich benutze das Wind-Ding wieder. Ich hoffe einfach, dass das dicke Ding auch, Alter, von hochgeschwipps wird. Ja. Okay. Ey, gewinnt der sogar. Oh man. Seriously? Ich hab das nicht mehr gesehen. Einander tränkst hier nicht mehr, ne? Nope. Oh, warte mal. Go, go, go! Das hat mich nämlich auch ziemlich viel Kraft gekostet. Das ist doch noch scharf, ouch. Okay, wenig. Und was? Das ist mir. Gah! Das ist ein bisschen cool. Das war, ähm, auch einer dieser schwierigen Kampfs. Aber ziemlich gut gemeistert. Finde ich jetzt, ne? Früher. Ich, ich, ich fand's auch gut. Wie siehst du mal diese... Dinger nicht? Hier, halt dran! Das wird scheiße dumm, oder? Hm. Du schaffst es, Ilyra. Sieh nur nicht nach... Oh, jetzt hab ich nur umgesehen. Ah, du hast ja... Ja, genau. Dafür hast du Bugangst. Bug sind aber auch... Krabbeln und das ist da. Puh! Was da so kreicht und schleicht... Hier ist noch ein Halter, ne? Und Schrieker... Wie sieht es bei dir aus? Ich hab zwei und bin bei 75%. Ja, same. Dann wendet sich nimmer. Schrieker schreien. Schrieker schreien. Ja. Bin sie weg! Uff, huijaja, ich heiße Schrieker. Beile. Ich weiß, du jetzt auch gesehen, aber... Schnell durch diese Tür, bevor da noch was kommt. Wieder ein Stückchen geschafft. Weil diese Türen sind immer so... Da kann man wenigstens nicht mehr von hinten gebastelt werden. Ja. Folge dem Weg, der Pirk. Muss es immer tiefer gehen? Kann es nicht immer ans Tageslicht gehen? Uff! Wunder das überhaupt noch irgendein Licht ist. Ach, ja. Ja. Super Bug. Bitte lasst uns nicht gesehen. Nice. Okay, ich gebe es zu. Vor dem Ding hab selbst ich Angst. Glaubst du, das ist die Königin der Dunkelheit? Ich glaube, das ist ein Bug. Was ist dann der König? Och, Leute an sich. Das ist wie ein billiger Winz. Ja. Da ist hier so ein Fackel, oder? Lauf ruhig weiter nach oben. Wir haben den Space. Ja. Und zwar, der Wandel sie auch. Ja. Du bist dann der understand- Wie ist das? Ja. Überrasch. Ja. Du bist dann nicht an der Einfluss. Jetzt haben wir schon 500 getötet. Da ist nicht zu, dass sie hier wehten. Glaube ich. Oh. Nice. Haben wir da eh ein gutes Schild, oder? Ja, ist nicht so gut. Pfeile sind noch. 50, 55, na. Na, da hab ich ja gut geschossen. Ups. Macht sich nicht so fertig. Shrieka! Shrieka ist da. Shrieka ist da, man. Werd wie lange dieser Tunnel ist und ganz hinten fingen sie das an. Gute Beispiel ist, die sind auch verpackt. So. Ach, Shilliness. Was ist das? Hast du Panzer da? Hast du Panzer, Alter? Ja, wie ist das? Ach, das ist schницу. Oh, du wirst. Ich habe ihn wieder. Sehr gut. Wirst du. Du wirst. Zurufe zu. Du wirst, du wirst. Ja, gut erwischt. Awesome, dass hier auch wirklich in jedem Kampf um Team-Play geht und nicht wie in anderen Spielen, wo man es alleine genauso machen könnte. Ja. Ist dein Health noch gut? Ist voll, ja. Aber ich habe keine Flaschen mehr. Aber drei Resurrection-Flaschen. Ja, ist gut. Ich habe zwei, zwei Heal-Dinger. Oh, nice. Eine. So. 127 oder so. In diesem Waffen-Ständer war ein Fight-Eason. You guys? Screw you. Ich werde immer verarscht wieder vom Mana-Dings. Es waren zwei, aber eins habe ich nur aufgehoben, weil die so nah beieinander waren. Und scheinbar. Hm. Ist noch was am Deck? Nein. Ich dachte nur in der Dunkelheit. Ja. 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 Ja.